Musik 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 Heute die Wildente Teufelsart Und zwar neu interpretiert Teufelsart bedeutet normalerweise eine Soße mit Ketchup, Silberzwiebel und Chili Dazu wird Kartoffelbalken gebacken gereicht und Brunnengräse In unserem Fall machen wir das jetzt mit Wildente und die Wildente wird gebacken mit Pankow und Senf und Nollibra mariniert Und jetzt haben wir hier die Wildente Also bestes Fleisch beste Qualität Es bietet sich immer an, dass man kleine Stücke nachher macht, nicht die ganze Brust, weil bei gejagtem Wild oft Schrotkugeln in der Brust sind so wie man jetzt zum Beispiel da oben rechts sieht und das kann ich auf die Weise nachher ganz gut rausschneiden wenn man so kleine Medaillons praktisch schneidet und die mit diesem Mietepaar, beziehungsweise Mietepaar ist es in der klassischen Küche wir nehmen Pankow, das ist asiatische Paniermaier wo sehe ich jetzt deinen Anschuss oder? Hier sieht man relativ gut ich drehe es gleich um so also dass da eine Schrotkugel durchgeflogen ist und da auch auf jeden Fall da muss man dann nachher genau schauen nicht dass die da im Brustfleisch steckt und eine teure Zahnkrone verliert da dran dann haben wir Ärger Also jetzt mache ich die Haut weg die Haut kann man mitbraten aber bei der Wildende schmeckt die Haut nicht besonders deswegen ist es besser sage ich mal wenn man die entfernt die schneiden wir weg mit zusammen mit der Keule da kann man noch eine Sauce draus kochen oder einen Fung kann man nachher in diese Teufel durch das Filet das sieht schon mal gut aus und weg das ist auch nichts für die Sauce und hier haben wir jetzt schöne Stücke die sind also ohne und hier da sieht man jetzt recht deutlich genau hier ist die Kugel durch das schneiden wir auch weg das ist auch nichts für die Sauce das werfen wir komplett weg das schmeckt nicht gut und sollte man nicht verwenden ich verwerte immer alles wie gesagt das hier ist Abfall mit der Haut und mit dem wo der Einschuss oder wo die Schrotkugeln drauf sind wollen wir nichts zu tun haben aber sonst Rest also da hier da lässt sich jetzt also eine wunderbare Wildente Suppe oder so davon kochen da dazu ist wichtig dass die Kalkasse immer perfekt sauber gemacht wird das mal unter Wasser unter kaltes Wasser kann man das dann abspülen und nur wenn das ganz sauber ist wird das nachher auch eine super Suppe denn wenn das nicht ganz sauber ist da leidet der Geschmack runter da haben wir hier Milz das muss auch raus das ist aber bei jedem Geflügel bei jedem Huhn oder bei jeder Gänse ist das dasselbe dann brauchen wir einen Löffel und verrühren das und das sollte jetzt so einen Tag lang kühl stehen bleiben dann sehen wir mal 10 9 8 7 6 5 4 3 4 2 1 dann holen wir die mal raus mache ich da mal ein bisschen eine Probe das geht schon ganz gut vielleicht lassen wir sie sogar noch das liegt je nach Reifegrad der Tomaten da wird das ein bisschen länger oder geht es schneller so ich denke das müsste jetzt aber auf jeden Fall genügen und dann ins Eiswasser dann geht die Haut noch besser ab so ist es perfekt ja nur minimaler Verlust an der Schale vom Fruchtfleisch und die Tomate bleibt praktisch völlig erhalten nur die Haut wird entfernt so einwandfrei dann haben wir eine wunderbare Silberzwiebel so da wollen wir jetzt noch die kleinsten Röstaromen das Maillard was in der Küche immer wieder das Thema ist weil diese Röstaromen die bringen den absoluten Wohlgeschmack ein Herr Maillard hat vor 100 Jahren mal entdeckt und erklärt hat er also ganz oft beim Anbraten und so geht es um diese Röstaromen und das Maillard so da machen wir jetzt die Tomaten mit dazu und lassen sie mal so langsam zusammen fallen lassen wir das ein bisschen zurückschalten Olivenöl, Knoblauch oder Knoblauch Olivenöl dann diese rote Zwiebel die Tomaten-Konka-Sewürfel die Silberzwiebel und jetzt kommt noch hinzu etwas gestiftelte Essiggurke und eben Salz, Zucker und schlussendlich damit es pikant wird kommt noch Cayennepfeffer dazu und dann wieder zum nächsten Mal mit der die 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 Richtig, die wählt soweit, wenn man sich mal drehen kann, man sieht es wunderbar, die ist schön großgegraben, mit asiatischen Kanieren. Jetzt kommen hier unsere planchierten Bohnen dazu, die sind erstens vom Geschmack her super und das Grün gibt natürlich eine wunderbar lebendige Farbe. Die dürfen wir nicht zu früh zugeben, sondern die dürfen wir erst die letzten Minuten zugeben, weil sonst die grüne Farbe in Grau wechselt und das ist schade drum. Diese Soße, ist das jetzt ein Klassiker oder ist das von dir? Ja, das ist ein absoluter Klassiker, das ist also diese Wildsoße, die Diabolo Art, das gehört zum Geflügel, wird wie gesagt normalerweise mit Ketchup und Silberzwiebeln und dazu reicht man früher eher so Bommes oder Tobatonets frittiert. Wir haben jetzt eben diese Bratkartoffel rumherein machen und die Soße sozusagen ohne Ketchup ein bisschen ins modernerere übersetzt. Gut. 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 Bis zum nächsten Mal.